Das ist wahr, ich bin ein guter Mensch, bloß manche verstehen mich nicht, manche glauben. Wie ich bei der SS war, da war ich bei der SS ein guter Mensch. Ich habe ihnen Schuhe gegeben, Tausenden habe ich Schuhe gegeben, Kinderschuhe für tausende Kinder. Ich war nämlich Lagerverwalter, wissen Sie? Jedes Kind, das ohne Schuh kommt, kriegt von mir Schuhe. Natürlich habe ich die Schuhe eine Stunde später wieder zurückgekriegt, aber für eine Stunde haben sie gute Schuhe gehabt. Ich bin eben ein Fall, nicht? Wenn es mich packt, so packt es mich. Mit Damen zum Beispiel, so eine Leidenschaft, so eine Leidenschaft mit Damen wie bei mir, mit Damen so eine Leidenschaft. Ich bin eben die Schuhe. Ich bin jetzt auf der Leidenschaft. Ich bin jetzt an der Leidenschaft. Ich bin jetzt keine Leidenschaft.